Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nur ein ganz kleines Update und zwar geht es darum, dass ich ja versuchen werde, die Spuren meines Übergewichts zu beseitigen. Dabei geht es natürlich zum einen um Haut, aber auch um sogenannte Lipome. Bei Lipomen ist man sich nicht so ganz genau sicher, ob die wirklich durch Übergewichte entstehen, aber sind bei mir entstanden, als ich Übergewicht hatte und ich kenne auch wenig Menschen, die kein Übergewicht haben und Lipome. Falls du kein Übergewicht hast und Lipome, schreib mir das gerne mal unten rein, weil das wäre für mich auch was Neues. Lipome sind Fettgespülze unter der Haut, die sich verkapseln. Das habe ich, ich hoffe, ihr findet es nicht zu schlimm, aber das habe ich hier auf der Seite hier am Kopf. Jetzt habe ich überlegt, dass das auf jeden Fall mit weg muss und habe morgen einen Termin und morgen wird das Ganze mit örtlicher Betäubung operiert. Das ist ein Eingriff von einer halben Stunde oder irgendwas Ähnliches. Ich werde es filmen und werde probieren, für die, die keinen schwachen Magen haben, das online zu stellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt darf oder ob ich dann lebenslang gebannt werde. Wir werden es sehen. Wichtig ist halt, ich möchte es deswegen machen, mich stürzt es eigentlich nicht. Ich möchte aber deswegen machen, um euch zu zeigen, was möglich ist, weil auch der Dr. Dr. Stein-Traten, bei dem ich das mache, eine bestimmte Technik hat. Also normalerweise wird es halt aufgeschnitten, rausgenommen, zugenäht. Das Problem ist, man hat halt hinterher eine Narbe und je nachdem, wo man es hat, wie zum Beispiel bei mir im Kopf, ist es die Frage, es ist hinterher schöner. Und vor allen Dingen bleibt es weg, weil es kann sein, wenn ein bisschen drin vergessen wird, dass es zurückkommt. Der Dr. Stein-Traten hat aber eine Operationsmethode, die ich sehr spannend finde. Und zwar folgt er der Hautmaserung. Das wird er mir dann auch genauer erklären, wie das funktioniert. Und nachher die Narbe zu finden, ist unglaublich schwierig. Also ich habe Bilder davon gesehen, es ist unglaublich schwer. Und um euch das zu zeigen, lege ich mich morgens unter das Messer. So lieb habe ich euch. Ja, ich bin sehr gespannt, bin ich nervös. Nein, also ich muss sagen, ich habe selten vor irgendwas Angst, außer vor Höhe. Von daher, nein, ich bin an sehr, sehr guten Händen. Und beim Dr. Dr. Stein-Traten werde ich auch gleich mich um eine Haut kümmern. Das wird dann der nächste Schritt sein. Das werde ich morgen mit ihm besprechen, während ich unter dem Messer liege, haben wir abgemacht. Und zwar hat er eine ziemlich schöne Methode. Mir geht es halt darum, diese Haut loszuwerden, ohne wirklich Spuren zu hinterlassen. Ich war jetzt schon in Bonn in der Eiskammer. Nochmal vielen Dank dafür bei Crypto 10. Super gut, hat mir richtig gut getan. Ich habe es leider nicht ein zweites Mal geschafft, weil im Augenblick zu viel zu tun ist. Aber ich werde bestimmt noch mal hingehen. Ich habe wirklich gemerkt, dass es was gemacht hat. Es hat mir was gebracht. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall doch das nächste ausprobieren, weil ich halt noch einiges ausprobieren will. Das nächste ist dann dieses Verfahren. Das werde ich euch genau erklären, wenn es soweit ist. Ich weiß nur, dass es die Konagenschichten tief anspricht. Aber das werden wir dann zusammen erleben und ich werde es für euch probieren. Das in Bollen waren, Entschuldigung, ich sage es 30 Euro ungefähr. Ich weiß sowas. Dieses Verfahren, das ich jetzt mache, wird um einiges teurer sein. Aber ich habe mir ein Budget für dieses ganze Experiment von 10.000 Euro gesetzt, die ich bereit bin auszugeben, um darauf Informationen für euch zu sammeln. Und ich glaube, dieses Verfahren, was ich jetzt mache, ist bei 1.600 Euro roundabout. Das heißt, es ist schon ein kleiner Teil davon weg. Und den Rest werde ich dann auch dementsprechend vernünftig anlegen, um euch zu zeigen, was geht und was nicht geht. Das wird dann vielleicht nicht was für jeden sein. Aber es ist interessant, ob es was bringt. Und da bin ich sehr gespannt. Gut, das war es von mir. Ich habe die Videos für die nächsten zwei Tage vorbereitet. Wenn ihr mich das nächste Mal seht, werde ich hier wahrscheinlich ein Flatschen haben, aber auch keinen zweiten Kopf mehr. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Und wir sehen uns live in drei Tagen wieder. Macht's gut.